Ja und somit herzlich willkommen zurück Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Radio Not Heute schauen wir uns mal um die Valley of Dole an Ich habe jetzt längere Zeit nicht mehr gespielt von daher muss ich wahrscheinlich erstmal etwas reinkommen Und ich habe da auch ein paar Probleme mit dem FPS Oder Micro Stuttering Beste gesagt Und ich hoffe es funktioniert jetzt so in etwa Mehr oder weniger gut ich habe ein paar Details herunter gestellt Ähm Ja genau Okay left clear Hier Das ist Talk Copy that entry team Notifying Morg Wo ist seine Waffe Talk reporting Copy entry team Notifying Trailer Waffe gesichert Right auch clear Right auch clear Take out that door and clear the room Let's knock the sucker Shut the door Yeah copy that Light stick away Ja wie man sieht Reflexion und Spiegel sind ein bisschen das Problem irgendwie bei diesem Update vor allem bei mir jetzt Ich weiss nicht ob das bei allen Leuten so ist Ist da ein Draht Oder ob das nur bei mir so ist Kann ich irgendwie nicht sagen Lock that door On me Right behind you Okay offene Tür Cover me Roger on the move sir Okay Take out that door and clear the room Let's knock the sucker Hands up Come light out Alter Ja gut Echt schade Was Passiert hier bitte für ne kranke scheiße Back door babes too Los zuhen uns uncut Really Ei Gut Gut Don't sit for your safe house Don't sit for your safe house Move and clear Provide support on me Copy that Falling in Okay. Cover this area. Absolutely. Shut the door. Alright, copy that. Roger. Closing the door. Roger. Closing the door. Drop your weapon. Drop it now. Drop the weapon now. Drop your weapon now, sir. Roger. Closing the door. Okay. Der wollte ich jetzt nicht aufgeben. Leute. Restrain it, please. Roger. Hands up. I'll bump your head. Okay. As long as it's here, I'll save. Roger. Closing the door. They're going to be secured and ready for transport. Talk to high ground. Roger. Closing the door. Roger. Trailer's inbound. On the move. Make him secure. Mirror for contact. Cover this area. Contact secured. Roger. We'll take care of it. Don't worry. You're not in trouble, okay? This is talk. Copy entry team. Notifying trailers. Use the wand. Check for targets. Really? Test that lockout. Affirmative. It's locked. How do we proceed? Okay. Breach with C2 and Flashback. Deploy C2. Then Flashback. Roger that, sir. Let's knock this door down. Go, go, go. Get down. I want to see hands. Restrain targets. Restrain targets. Suspect is secured. Ready for pickup. Got it. This is talk. Great work, entry team. Keep it up. Disable that weapon. Roger that. I want to talk to a lawyer. Talk to entry team. Okay. Den nehme ich mal mit. Roger that. Trailer zone. Light stick away. Was war das? Setz ihn hier rüber. Wieso die manchmal die Waffen nicht mitnehmen? Keine Ahnung. Go, 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 go. Go, 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 go. Get down. Now. I work here. Police, get down. Police, get down. Get down. Game rein. Shit. Gears. 谁 flam거든요? They've Days wein. Stop it. Alter Leute Alter, wie das liegt Suspekt DOA Sorry Leute Die Framerbrüche, aber Selbst für mich ist das unspielbar Talk to Entry Team Roger that Entry Team Hände auf Lass ihn, nicht schreien Ich glaube das sind wirklich die Spiegel Die das Problem sind Hände auf Roger that Entry Team Tag ihn und weiter gehen Für diesen Update Flashbang live Go 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 Move in clear Copy that Low light deployed Restrain targets Disable that weapon Roger that This is talk Roger Entry Team Notifying medical Take out that door And clear the room Alright copy that Ready to knock something down So und sie ist hier alles safe Weiter gehts Jetzt hab ich gar nicht nach der Nach den Folgen schaut Gut, da hätte ich gleich stehen können. Alright. Ich steck nach hinten. Ready to knock something down. Moving up. Potential civilian spotted. Moving and clear. Lightstick away. Copy that. Put your hands up! I'm just a kid. I work here. Hands up now! Go after the bad guys! Go, go, go! Alright, copy that. Okay, sonst ist hier draußen safe. Provide cover. Make him secure. Got him. Captain secure. This way to Chenin's party. If you get lost, call for security. They don't bite out. Talk to entry team. Roger, entry team. Great work. Keep going. So, feed contest. Take a picture of your bare feet and put it in the box near to the pool for a chance to win an awesome prize. Contest will be judged by the one and only Mr. Amos Fall. Break a leg. Okay, von da kommen wir. Beziehungsweise da ist der Haupteingang. Hier waren wir auch schön. Genau, hier geht es runter, aber hier vorne war auch noch eine Tür. Oh, shit. Was wurde hier bitte verbrandt? Was machst du hier hinten? Die Map haben sie echt schön hinbekommen. Vor allem die Tagestzeit ist auch echt nice. Talk to entry team. Copy. Move on. Guest of Cheney, please turn around this area for owners only. No entry allowed. No entry allowed. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter Flashlight Go, go, go Svaras Move over there Moving up Provide cover Copy that, moving out Restrain targets Suspect killed Hold on Contact is secured Talk to entry team Roger that Continue with your mission Don't worry, everything's gonna be okay now You're in safe hands Roger, on the moves Move over there Roger, trailers inbound Alter Okay, you're in here Blau Red is coming with me Is that not the kind of Waffe? Okay, ist das ein Kino? Nicht gehen nach links. Okay, hier ist es safe. Really? Zacks Kino dringt sowas. Zacks Kino dringt sowas. Alright, hier ist our safe. Happy birthday. Fucker! All done. Contact is secured. Civilian is secured and ready for transport. Talk to entry team. Roger entry team. Great work. Keep going. Cover me. Copy, moving out. Hier gibt es halt viele Möglichkeiten um sich zu verstecken. Aber das sieht alles safe aus. Ne. Deploying chem light. Okay. 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 Hier auch, kids. If you are under 21 we can serve you drinks legally. Oh lecker Fleisch. Sieht alles sehr lecker aus. Sees hard drive. Sees secondary hard drive. Sees laptop. Rescue all the civilians. Bring is chaos. Okay, Hard Drives müssen wir auch irgendwie sammeln. Okay, go, go, go. The suspect is expired. Talk to entry team. Talk to your nation. Proceed with your mission. Okay, there's to get stove. Junge. Okay. Killingschritte. Move over there. Going and gone. Moving clear. Copy that. Moving clear. Alright, nice to go. Moving up. Hands up. Drop to your knees. Make them secure. Make them secure. Contact and cut. Done. Zipped up and ready to go. Hey, Al. Copy. Copy entry team. Alter, was is'n das? Okay, here I'm getting hard drive. Collecting evidence. Very good little princesses. So pure virgin. Soft and burnt. Sweet, smooth. And very fragile. So smooth, clean, untouched. Alter. Was für eine kranke Scheisse hier. Bitte abläuft. Die Entwickler haben es echt drauf, mit solchen Atmosphären zu schaffen. Also ähm. Suspect DOA. Ja. Talk reporting. Copy that. Team. Notifying Morgue. Wahrscheinlich sogar. Auch wirklich ähm. Echte Beispiele irgendwo gefunden. Oder nachempfunden. Nein. Wollte ich nicht. Sorry. Stay on me. Right behind you. Cover me. On my way. Was ist hier? Passiert? Bzw. Was hatten sie hier? Sag mir nicht, dass das hier irgendwie... Nee. Leichen sind oder irgendwie sowas. Mirror for Suspects. We didn't bring the mirror gun. Cover this area. Yeah, copy that. Go, go, go. Alright, moving up. Police, hands up! Police, hands up! Move in and clear it. Yeah, copy that. Through the door and clear. Light stick away. This is talk. Copy that it. Proceeding mission sir. Okay. Chaos haben wir. So sprich alle Leute. Aber wo ist die zweite Hard Drive? Get on the ground! Okay, go, go! Run! Machs runter! I want to see your hands! Schöne ich die zweite Hard Drive nicht hier unten. Das wäre irgendwie zu einfach. Schätze ich mal. Okay. Logischerweise irgendwo wo ein Laptop müssen wir auch noch. Happy Birthday. Einen Laptop müssen wir auch noch finden. Okay Prescott ist irgendwie verpackt da unten. Dann lassen wir mal irgendwie dort sein. Eine riesige Kaffeemaschine. Ist das Viagra oder irgendwas? Könnte gut möglich sein. In der Waschküche ist auch nichts. Dann wahrscheinlich irgendwo oben. Diese Preise. Ist das ein Hard Drive? Nein. Das ist ein Buch. Hier ist ein Telefon das klingelt. Lecker Essen. Ziemlich gross. Wie ich finde. Und der hat ja einfach ein paar Beweise wahrscheinlich verbrannt. Schöne mich. Okay. Gehen und gehen. Wie es mir scheint. Wo kommen wir jetzt in der Tasche nach oben? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ah hier. Hier. Vielleicht ist hier der Laptop. Geometrie. Ich schätze mal das war Jens Room. Big Bad Wolf. Sea of Plastics. Donate unused clothes. Das ist nicht der Laptop. Aber da möchte jemanden. Brand new SUV car. Will go to charity. Ah die verstärken Fahrzeug. Eigentlich für gute Zwecke. Aber dann doch nicht. Dad tell your dogs to stay out of my room. Caught Andy in here while I was touring. You are not the only one who knows how to use a camera. Hunde. Und wo haben sie den Hunde? Okay. Hier geht's hoch. Ist auch nirgendwo ein Laptop. Da schwimmen ein paar Pflanzen. Ist ein Paket. Take to pos and they duel today. Und da ist das Gym. Hier ist wahrscheinlich auch kein Laptop schätze ich mal. Schade. Hier könnte vielleicht noch ein Laptop sein. Aber sieht irgendwie auch nicht so aus. Ne. Hm. Wo haben sie den Laptop bitte versteckt? Golden Guards. Don't forget it. Forget to check in. Hier vielleicht? Hm. Hier ist ein Laptop. Das ist der Laptop den ich suchen. Nice. Dann haben wir alles. Okay. Das lief doch einigermaßen eigentlich gut. Würde ich sagen. Unauthorized use of force. Einmal. A. Sehr nice. 33 Minuten. Das lief doch ziemlich gut. Somit würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Radio Not. Haut rein. Tschüss. 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 Vielen Dank.